Presbyran in Stockholm ist eine Filiale innerhalb einer landesweiten Kette von 320 Läden, die zum norwegischen Unternehmen Retrain Trade AS gehören. Hierzu gehören auch die Ladenketten 7-Eleven, Rema 1000 und Narvissen, die in allen skandinavischen Ländern sowie in Polen, Lettland und der Slowakei vertreten sind. Diese Filiale, in hervorragender Lage am Stockholmer Hauptbahnhof, ist begünstigt durch einen ständigen Kundenstrom, wodurch ein guter Umsatz, aber auch viel Verpackungsabfall anfällt. Da das Lager klein und der Weg zum Müllplatz weit ist, entschied man sich dafür, eine Miltek 102 HD samt Kompressor in unmittelbarer Nähe der Abfallquelle aufzustellen. Die Maschine lässt sich problemlos bedienen, sodass gut 98% aller Pappkartons ohne vorheriges, zeitaufwendiges Zerlegen direkt in die Presse getan werden können. Das Gewicht der fertig gepressten Ballen kann individuell eingestellt werden. Hier handelt es sich um einen Ballen von 20 Kilo.